hallo und herzlich willkommen zusammen card und ein weiteren spiel wir spielen heute factory runner und ja da geht es wohl um dass wir eine lage haben wir müssen wohl irgendwelche waren von einer zum anderen bringen aber so ganz genau weiß ich es auch nicht so wir waren schon bei settings drin es gibt leider nicht viel ja es gibt auch irgendwie keine musikeinstellung ich hoffe es gibt damit kein problem jetzt bei youtube nachher ja ok wir starten einfach direkt los new game oder immer you can buy a truck von dem truck stop okay dann geht schon los mit der musik aha aha die spiel factory war na jetzt geht es los ok how to play f1 da wird dieses lesen jungs macht doch einfach ein paar quests wo man einfach das spiel kennenlernen und fertig oder ok factory ok ok also das kurz mal einzuschränken man hat einen shop man muss am anfang material und artikel einkaufen und dann kann man das zu seinen shop liefern lassen oder wahrscheinlich auch selber holen oder verkauft man sozusagen die waren man kann später auch noch exportieren und sowas alles und man kann auch eine fabrik kaufen und da kann man seine waren die man vorher gekauft hat auch selber produziert ja so in der kurzfassung ok gut wir gucken mal hier auch schön eigentlich so an sich gestaltet ist so ein kleines zimmer hier ist die dachwohnung ok das außenrum sieht alles so aus wie sandbauten so richtig bruchboden und ich habe hier so eine richtige nobelhütte ok das ist wohl der entwickler cool hier komme ich raus hier komme ich raus ok hier mini web ok cool freddy shop da oben ist meine factory am arsch der welt truck stop ist da unten die truck shop exporting company von die tour store restaurant hier sind wir unten ok geradeaus zu ist mein shop dann freddy shop ok da kriege ich wahrscheinlich die waren her fahren kriege ich wahrscheinlich später auch noch waren hier ok truck shop und die tour ist möglich ok gehen wir erstmal erstmal zu meinen shop welche andere settings drin okay manchmal ist der im game noch andere settings drin als als außerhalb also ok hallo beginnig alles klar wo kann ich ihn schlagen das ist ja lustig was war das hallo ich habe zwei augen und eine zucker und zähne lecker ok die tür ist irgendwie viel zu klein keine ahnung ok kabel pairs alles klar wieso konnte ich den jetzt leppen kann ich an ja dann slap ihn doch geh weg von meiner laterne junge also ist das laterne irgendwie hängt der strom so eine luft alles klar ich stehe glaube ich vorher mal entweder statt hier vorher mal so ein haus oder das ist ein asset was einfach nicht weiter geht naja junge hau ab hier hi auf nicht so cool junge das ist schon slap slap simulator hier hallo da sind sie da oben da oben Wo sind sie da oben? Junge cool ok so gehen wir mal zu unserem shop ich habe natürlich kein auto was ist hier hier ist was zu essen ok cool das zu essen was hier weil ich da ins typen die sind aber alle gleich aus seid ihr alle cousins und cousinen oder was alles zwillinge hier cool okay ok was hier das möbel shop ok hallo produkts weg 1 ok alles klar gut geld ich habe noch gar kein geld ich habe noch kein geld ok also immer habe ich ja auch eine karte habe ich auch kein beginnig setting up ok also ich gehe erst mal zu meinen shop bevor es läppig dich noch so lustig order and pay hier ok wo ist denn mein shop junge warst der welt wo niemand ist oder was ja tatsächlich da sind die ganzen leute und hier ist mein shop oder was ist das produkte oder was ist das das würde ich jetzt gerne wissen so ja ich will ja erst mal rein oder nicht kann ich das nicht aufmachen doch jetzt hallo so welcome cell keep clear hier steht mein truck ok ich fahre den erstmal raus auf ob sie hier show keys x drive urin ich kann mein auto pullen oder was also ich weiß nicht welche menschen es kreiert hat aber wenn ich pinke vor sich nicht rum alles klar end notiz hier ok ok endes notiz ist cool flashlight ok inventor wie habe ich auch cool sofa tablet table ok cool spit spit urin was soll das ach spuck also jetzt mal ernst was hast du dir dabei gedacht in einem spiel wo es um waren geht spucken und urinieren rein zu machen und vor allem beim pullern furzen das habe ich ja noch nie erlebt so was hier bei chance bottle krepp box take from box ok also ich habe hier schon einiges an waren drinne gut soll ich mal schauen ja hallo sie oder ok der hautvoll wieder abduel bottle large trash bin ok so sie oder plus f2 take from box jetzt customers are leaving a shop angry close to shop if you are outside you don't want them to come to the shop now verstehe ich jetzt nicht so ganz ok was ist jetzt hier was passiert hier jetzt was zum essen alter was für ein riesenburger der sieht ja lecker aus alter wer hat diese scheiß dinge hingestellt ehrlich aber gut da muss ich ja eh nicht hin da ist besser gut essen muss ich noch nicht so ok muss ich mal gucken ich muss outside drin gehen oder was verstehe ich nicht so ganz ding dong so was möchtest du sie oder wet containers small trash bin sowas habe ich doch gar nicht container small trash bin kann ich dir geben aber container habe ich nicht safety board safety board was sind das alles take from box ok ok muss ich wohl alles einrichten hier so ok slap slap kann anspucken ich kann er hat pinkelt ist schon ein bisschen krass ok ja sie order this light kann ich leider nicht mal gibt natürlich meine reputation runter aber was soll ich machen ok stocking exporting factory alles klar gut jetzt haben wir hier ein bisschen funitur ist ein computer kann ich auch noch oben hingehen ja ich kann oben auch noch hingehen ok das heißt ich werde oben so ein bisschen verwaltung machen place ach so halt das geht nochmal nach oben ach du scheiße krass ja das ist schon ganz schön krass hier eigentlich habe ich ja auch schon ein tisch egal wir machen das mal hier in der ecke ich weiß nämlich nicht was so mich zukommt ja kommt hier ein sofa hin keine zeit produktzweck das kann ich hier hin machen sehr kleines regal alter lustig dein computer kann ich bestimmt sachen kaufen alles klar was willst du in sekte weit bin habe ich hier und in sekte weit willst du haben das ist natürlich total doof dass die zeit abläuft ne hier in sekte weit take von box zack sell tada mein erstes geld juhu so geht das ok ok das heißt wir holen die scheiße erstmal hin nicht dass die leute mir das alles weg klauen also nicht mal eine richtung fallen er fällt mir immer in die falsche richtung jetzt das hat das aber der schieb mich das geht nur seitlich oder was lol es geht hier ab metallpipe ok ok aber alles was hier zu diesem parkplatz zu zeigen drinne ist das äh gürtet sein da dazu ok packe ich einfach alles mit heraus ich glaube ich lass es hier drinne auch weil dann sehe ich nämlich auch woher es kommt beziehungsweise was es ist ok also ich glaube möbel können wir uns hier sparen das ist echt so ein bisschen komisch hier mit den ganzen möbeln steht hier noch nichts aber irgendwie kommt hier keiner kann das sein ja gut ist nachts 2 uhr aber ist schon schade dass hier keiner kommt aber ich bringe es trotzdem mal reinig dass es hier irgendwie nachher verschwindet aber sind ganz schön viele waren die ich jetzt schon habe du sagst ich war du sagst du sagst nicht NEU ist okay glaube ich soll das ein bisschen ordnern hier war sonst baue ich mir nahe zu der jahre geordnet zeigt die weit ist die black okay also hier sind es sekte verspottel bottle externe karton halbottel war ich mal hierhin bottle bottle flashlight paid chucks bottle hier ist alles bottle das passt ordnung muss eine seife die frage ist die frage ist aber ob es auch doppelte kartons gibt auch hier noch mal eine bottle ok dann muss ich das hier zur seite packen wenn es hier so viel bottles gibt die ganze nacht durchgearbeitet hier ach ich bin ein fleißiges bienchen chemikal fertilizer ok habe ich davon nicht schon was väter leise habe ich nicht so was gesehen sind dieser weit hier kann ich eigentlich ins regal packen gut sieht top aus schubkabel safety board so viel waren ja wahnsinn ich habe halt hunger paint bucket ein farbeimer synthesizer blue das muss hier drauf so weiß weit dann haben wir ja small chemical tank anti weed ok alles klar ist klar aber kommt heute hier noch jemand oder was wie will keiner kommt oder kommt die erste macht ganz sehen ich packe es einfach zusammen hier egal ich tue jetzt nicht mehr sortieren ob das ist so schön an der band sortiert hier dann passt hat man sieht das top aus zack aber jetzt am 9 am 9 kommen sie ok um 9 kommen die sowas ist so hallo so verboten welding machine achte scheiße eine welding machine das habe ich glaube ich gar nicht eine welding machine habe ich gar nicht doch klar und so froh bottl 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 2.300 hat mir das gerade gegeben nice das ist ja geil wenn ich halt weg will dann muss ich meinen laden schließen weil sonst kommt jemand und der wird nicht mehr weg ich bedienen und dann muss meine rotation runter drücken natürlich nicht so gut was dauert naja jemand kommt wahnsinn los mehr kundschaft jo was geht was willst du anti weed und wailing ok habe ich sogar hast aber glück dass ich das habe hoch war falsch anti weed alles klar viel spaß damit ich hole erst einmal einen laden rein nicht schlimm einfach laufen lassen aber ich sollte dringend was essen wo ist die maus da brauche ich was zu essen was zu trinken sonst raffel ich nämlich gar nichts mehr aber anscheinend muss ich nicht zu tankstelle also das auto hat hier keinen tank ob sie und auch keine schadenzeige ich kann sie einfach überfahren alles klar ja ich kann sie einfach überfahren umslappen kann ich sie auch keine ahnung was das soll der geht zwar nicht so gut der bauchschmerzen vom fressen alkohol ist ja auch da aber guckt da nicht so junge bürger french weiß und schuss genau einfach mal mit kann ich sie nicht mitnehmen doch klar hier komme ich den immer mit zack weiter was für benehm der hat junge achso pommes alter der hat mit dem war junge 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 ich glaube das kann ich eh gleich trinken alter schwede soll es doch nicht trinken sollte man mitnehmen kann ich leider auch nicht mein inventar mitnehmen schade okay so dreimal essen heute mal okay nur noch ein bisschen mehr mit weil es verfällt ja anscheinend nicht und zweimal noch trinken ich verkaufe bürger wer will bürger wer habe ich nicht zweimal trinken geholt die verschwinden einfach hier beschiss wo ist der pecher er hat mich beschissen junge soll das ok gut zurück also die hätte falsche taste um money der hat sich gerade gedrückt so ach hier war ja essen zu trinken naja jetzt habe ich noch mehr so haben wir kommen an kunde kommt ja einer kommt noch gut hallo was willst du denn anti weed und small trash bin das haben wir sogar hast du glück weder schön gut ich denke bringt das hier bloß so hin und dann war es das erstmal und ja also erster eindruck ok ja ja also grafisch natürlich wieder ok ja wurde sich wieder eines überlegt in der stadt und sowas auch die kleinen gimmicks mit den tanzeinlagen mit den slappen mit den spucken also obwohl ich spucken und und hier pinkeln finde ich schon ein bisschen makaber und ein bisschen übertrieben ich verstehe den zusammen ich meine wenn die dann irgendwie aggressiv werden die leute und man kann sich irgendwie ein bisschen trashen oder das hat deswegen eine gewisse interaktion aber nur so eine funktion einzubauen damit es lustig ist ich weiß ja nicht also keine ahnung ja hat so ein bisschen nichts mit dem kontext zu tun ich weiß nicht aber egal darum geht es ja nicht geht ja hier oben factory war da sozusagen oh hier kommt noch mal einer sponchemical tank habe ich gar nicht oder ne nur ein large ok ja leider kann ich ihn nicht machen das tut mir sehr leid musste leider gehen ähm ja essen und trinken ist eigentlich billig muss ich sagen für das was ich da verdiene daher kann ich noch eine eigene äh Fabrik bauen und die ganzen daten äh die ganzen daten die ganzen sachen selber holen äh ja nette idee mal gucken wie es weitergeht ähm erster eindruck ist okay ist nicht ganz so schlecht ähm ich wollte man steigt sofort ein man weiß was man sofort machen muss und ja wir werden sehen wie es weitergeht ok hat das video gefallen lasst doch mal gerne ein like da und ein abo und dann sehen wir uns im nächsten video machs gut tschüss 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 tschüss